Warum der Zauberer in Diablo 4 unglaublich gut ist. Meine erste Wahl bei der Klasse in Diablo 4 ist der Zauberer aus einem bestimmten Grund. Ihr habt nicht nur die Möglichkeit Hydras zu benutzen, sondern auch Kettenblitze zu schleudern, die über den ganzen Bildschirm bouncen. Das macht den Zauberer zum einen stationär sehr, sehr stark über die Hydras, aber eben auch über große Distanzen gegen Bosse mit dem Kettenblitz und mehr. Dein Toolset umfasst aber auch Frostzauber, das heißt du kannst dich auch gegen Regner schützen. Die Zauberer, die du nutzen kannst, umfassen unter anderem Elektro, Frost und natürlich auch Feuer. Arkan gibt es in Diablo 4 bislang noch nicht. Ich persönlich habe auch den Jäger ausprobiert und fand ihn auch mega, aber der Zauberer ist einfach meine absolute Lieblingsklasse. Allein der Teleport erleichtert einem das Leben unglaublich und ich würde euch die Klasse wirklich ans Herz legen. Probiert sie unbedingt aus. Welche Klasse werdet ihr am 6. Juni spielen? Schreibt es mir unbedingt mal in die Kommentare. Und ich freue mich schon mega auf den Release.